Seid zusammen, wir sind die Logistiker von Neoperl. Mein Name ist Tia, das ist der Rodrigo und der Christian. Und wir zeigen euch jetzt einen Alltag wie uns in der Firma. Als Logistiker zum Waren entgegnen und kontrollieren. Wir ziehen sie für Kundenaufträge vorbereiten und dann im Versandfachkrecht verpacken und abschicken. Neoperl ist ein internationales Unternehmen und beliefert Kunden weltweit. Als Lernende darfst du bei uns schon gleich Verantwortung übernehmen. Deine Arbeitsleistung hat einen direkten Einfluss auf die Späterheit vom Kunden, aber auch auf die Tätigkeit von deinen Arbeitskollegen und Kolleginnen. Damit der Waren rechtzeitig beim Kunden ist, schaffen wir unter anderem auch mit einem modernen Lagensystem. Zum Ein- und Auslagern am Autostar bringst du Fähigkeiten, wie strukturiertes Handeln und Denken und das Lernverzahlen mit. Meinen persönlichen Flowmoment erlebe ich, wenn ich das Palette fertigstelle und ich weiss, dass der Kunde dort mehr seine Bestellung pünktlich in korrekter Qualität und Quantität bekommt. Man ist oft in Bewegung, aber hat auch PC-Arbeiten zu erledigen. Gute Voraussetzungen für den Beruf sind der Sinn für Ordnung und Sauberkeit, selbstständiges Arbeiten und ein Teamplayer zu sein. Wenn du auch die Flowmoment finden willst, dann bewirb dich jetzt mit der Neoperl. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.